Im Namen Gottes, des barmherzigen des Allah-Bamas, Bismillahirrahmanirrahim. Der Ramadan ist vorbei. So traurig wir auch gestimmt sind, so freuen wir uns auf die Festtage. Es sind anstrengende Tage gewesen, auch vor allem deswegen, weil wir auf so viel verzichten mussten, mehr als wir normalerweise getan haben, mehr als in vergangenen Ramadan-Monaten. Aber es ist eine Zeit, die wir sehr lieben, die wir sehr schätzen und die wir sehr vermissen. Und so hoffen wir auf weitere Monate, auf weitere Ramadan-Monate. Hier möchte ich allen Musliminnen und Muslimen, allen Freundinnen und Freunden danken, die trotz aller Mühen und trotz aller Schwierigkeiten am Ramadan teilgehabt haben, die kreativ waren und mit ihrer Kreativität Traditionen und Gebote aufrechterhalten haben. Ich möchte allen hier an diesem besonderen Tag am Ramadan-Fest ein Leben im Frieden und mit Frieden wünschen. Bleibt gesund und engagiert euch weiterhin für den Frieden.